Zellfuß Leute! So, das mal im Test Crackling Fontäne Mit Smiley Circle Überrascht ja So, was haben wir denn da oben? Kategorie F2 und NIM Steht doch ein NIM drauf Da auch nichts, da auch nichts Na klar, da oder? Ja, wo ist es? Wollen wir mit der Haut Du hast sogar die Zinsen unter der Tolle drin Ach so, schau dich jetzt in die Pfeilrichtung Bleib so stehen oder? Ja Wegen Smiley Echt? Ja, steht wunderbar aus Ah, weil ich das noch durchleichten durch das Auto vielleicht, ha? Das ist wie bei einer Laterne oder so Ja Das widmen wir für Martin Für den Sankt-Martins-Umzug Ja 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 Aufläuf Ja 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 Die Sonne muss immer noch helfen, die Kinder. Aber das war's auch gewesen. Also Martin, bis zum Alltag. Servus!